So, dann haben wir ein ganz herzliches Willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, im heutigen Video würde ich gerne mal über das große Problem mit den Renten aktuell hier im Land sprechen. Und zwar wurde ich da auch wieder mal drauf angesprochen oder eben prinzipiell gefragt, ob eben Gold und Silber eine gute Sache wären, um die zum Beispiel für einen Ruhestand zurückzulegen, ob man sich damit eben einen Ruhestand finanzieren kann, weil man ja höchstwahrscheinlich in, naja, ich sag mal in ein paar Jahrzehnten mit Sicherheit nichts mehr beziehungsweise nicht mehr viel aus den Rentenkassen rausbekommt. Also wer sich so ein bisschen mit dem Rentensystem hier im Land schon beschäftigt hat, der weiß, dass die Leute, die aktuell arbeiten, für die Leute zahlen, die dann in Rente gehen. Und wir wissen alle, dass wir nicht eins zu eins das wiederbekommen, was wir einzahlen, sondern mehr. Und das bedeutet, dass dieses System irgendwann kaputt gehen muss. Die Frage ist, inwiefern das dann ersetzt werden kann oder inwiefern wir dann gar kein Rentensystem mehr haben. Das ist halt die große Frage. Darüber wollen wir heute mal sprechen, wie man da entgegenwirken könnte. Was die Probleme sind, worauf man achten muss und so weiter und so fort. Vorher aber natürlich erst noch der Blick auf das, was ich heute mitgebracht habe. Heute mitgebracht habe ich einmal hier einen 100 Gramm Omicor Silberbarren. Damit mich jetzt nicht wieder einer in die Kommentare anschnauzt. Warum ist das kein Münzbarren? Magst du gerne mehr? Willst du hier zahlen? Nein, ich habe den natürlich für den Münzbarrenpreis bezahlt. Ich weiß auch gar nicht, ich sage das doch jedes Mal wieder mit dazu, wenn ich den Barren zeige. Ich weiß gar nicht, wo die Verwirrung immer herkommt. Gut, also wie auch immer, ja, Münzbarrenpreis, dieser hier, nicht Silberbarrenpreis, keine 19, 7%. So, abgesehen davon finde ich den Barren nämlich sehr, sehr schön, nur mal so. Abgesehen davon haben wir noch hier eine Unze Krüerrand aus dem Jahre 1800, äh, 1800, ja, 1980. Und ist natürlich eine sehr, sehr klassische Anlagemünze, ja. Super Anlagemünze meiner Meinung nach, meistens mit relativ wenig Aufpreis. Man kann weniger Aufpreis bekommen, aber ich bin damit schon sehr zufrieden gewesen, was ich hierfür gezahlt habe. Abgesehen davon noch einen 1 Pfund Full Sovereign. Auch das eine super Goldanlagemünze. Ja, ich denke mal, die meisten von euch kennen den Sovereign schon. Gerade so günstig, weil der bis heute noch geprägt wird. Dann als letztes noch ein 1 Unze Australian Kangaroo aus dem Jahre 2019. Und, äh, ja, diese spezielle Münze habe ich ja schon sehr, sehr lange. Leider habe ich sie dieses Mal, als ich sie aus meinem Depot, ähm, was nicht sich in diesem Haus hier befindet, äh, geholt habe. Ist sie leider jemandem tatsächlich nicht mir runtergefallen. Und deswegen ist die Kapsel hier an dieser Stelle beschädigt worden. Gibt allerdings schon eine neue Kapsel der Münze, ist nichts passiert. Also, alles gut, die Kapsel habe ich neu bestellt, müsste die nächsten Tage kommen und dann kommt die auch da wieder rein. Jetzt würde ich aber sagen, wir fangen auch gleich an. Was das Problem an sich ist, das habe ich eben schon erklärt. Allerdings ist es auch so, dass wir noch so ein bisschen ein Problem haben. Nämlich ist es so, dass wir nämlich beim klassischen Rentensystem natürlich eigentlich, also eigentlich ist das Rentensystem natürlich dafür da. Ich denke mal, das ist uns allen klar, dass wir im Alltag kein Risiko mehr eingehen müssen. Ja, dass wir eine Rente, einen geldfressen Geldbetrag jeden Monat so bekommen. Dass wir im Alltag keine Risiken mehr eingehen müssen und einfach in Ruhe sozusagen alt werden können. Ja, dafür ist eine Rente eigentlich da. Dafür sollte sie da sein. Und das hat auch jeder verdient, nachdem er sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Ähm, das Problem ist, findet aktuell halt nicht statt, ne. Also, ihr wisst ja schon, die Renten sind ja schon die ganze Zeit weiter, 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 weiter runtergegangen. Und das sieht vielleicht jetzt erstmal nicht so aus, wenn man sich die Raten nur so ansieht. Aber natürlich, ihr wisst es ja, Inflation, ne, das ist existent. Und auch wenn die Raten jetzt gleich bleiben, geht es natürlich trotzdem jedes Jahr im Durchschnitt 2% runter. Ist nicht so toll. Ja, das Problem dabei ist eigentlich auch, dass man eben dadurch leider trotzdem immer noch Risiko eingehen muss. Oder prinzipiell auch vor der Rentenzeit ein Risiko, ein gewisses Risiko eingehen muss, damit man in seiner Rentenzeit dann etwas hat, wovon man leben kann. Ja, das liegt eben einfach daran, dass unser System, was wir vom Staat normalerweise bekommen sollten, dafür, dass wir Steuern und so weiter zahlen, nicht funktioniert. Ja, muss man ganz klar so sagen. Ist ein fürchterliches System. Jeder, der sich das anguckt, kriegt graue Haare. Auch wenn man noch relativ jung ist, so wie meine Wenigkeit. Aber ja, nichtsdestotrotz, es ist fürchterlich. Ja, es ist jedem klar, dass das nicht funktionieren kann. Ist ein Systemfehler. Ja, dieses System ist der letzte Blödsinn. Und ich würde mir wünschen, dass wir das mal ersetzen durch irgendein sinnvolles System, wie zum Beispiel in Norwegen mit dem Staatsfonds. Oder eben auch vielleicht sogar in Amerika, die ja zumindest einige solche, naja, Sparangebote haben, womit man eben seinen Ruhestand bewältigen kann. Sowas wie 401k oder Roth IRA. Solche Sachen ist ja nur für Aktien, ja. Ich denke mal, das ist logisch. Aber es ist wenigstens etwas, ja. Es ist besser, als hinzugehen und zu sagen, ja, ihr heute zahlt jetzt mal für die Leute die Rente. Und die Leute, die nach euch kommen, zahlen dann für euch die Rente. Aber jeder von euch zahlt natürlich weniger, als die rausnehmen. Ja, das macht natürlich Sinn. So, da wir jetzt aber nicht der Staat sind, wollen wir jetzt natürlich eine Lösung dafür finden. Und da habe ich mir jetzt mal so ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Und da gibt es natürlich verschiedene Lösungswege. Ich habe ja auch damals schon mal ein Video gemacht, wo ich so ein bisschen drüber gesprochen habe, ob man mit Gold und Silber in Rente gehen kann. Das war ja schon ein Video, was sehr, sehr gut angekommen ist. Hat mich auch sehr gefreut, weil es ja wirklich ein extrem wichtiges Thema auch ist. Und ich habe mir jetzt heute nochmal ein bisschen weiter Gedanken dazu gemacht. Wir haben ja prinzipiell erstmal das Problem, dass ja eigentlich die Leute in eine Rentenkasse einzahlen, weil sie später Geld haben wollen, in einer Zeit, wo sie normalerweise sonst keines hätten. Und natürlich ist es so, dass die meisten Leute jetzt hier im Land und auch prinzipiell in jedem Land, ja das ist überall gleich, jetzt nicht die Möglichkeit haben, irgendwelche Millionenbeträge für ihren Ruhestand aufzuheben. Ja, das ist bei den meisten Leuten einfach nicht drin und dafür war das Rentensystem ja da, dass man relativ wenig einzahlt und relativ viel rausbekommt. Das war damals auch noch ganz einfach, als es noch Zinsen aufs Geld gab. Heutzutage, wie gesagt, funktioniert das eben nicht mehr. So, jetzt ist es so, dass wir trotzdem einen Zinseszinseffekt brauchen, damit man zum Beispiel ja relativ wenig eben einzahlen kann, während man noch arbeitet. Ja, weil, na gut, ich meine mal, die meisten Leute hier im Land verdienen jetzt keine sechs, siebenstelligen Beträge im Monat. Ich denke mal, das ist sowieso klar. Aber auch mit einem relativ geringen Einkommen, ja vielleicht sogar am Mindestlohn, sollte man die Möglichkeit bekommen, so viel zu sparen, also so viel anzulegen und eben einen Ruhestand zu bekommen. Ja, einen Ruhestand, womit man auch ansatzweise äquivalente finanzielle Mittel hat, wie zu der Zeit, in der man gearbeitet hat. Ja, das ist natürlich immer das Ziel. Wenn man da nicht genau hinkommt, ist auch nicht schlimm, aber es sollte sich jetzt nicht um zwei Drittel verkleinern oder so. Ja, das wäre jetzt ziemlich ungut. Gleichzeitig ist es allerdings natürlich auch so, dass man relativ viel Sicherheit haben möchte, da man natürlich jetzt auch nicht das Risiko eingehen möchte, dass man dann im Alter, auch wenn man viel Geld angespart hat, dann am Ende nichts mehr hat. Ja, also das bringt einem ja dann auch wenig. Das heißt, wir brauchen auch eine gewisse Sicherheit. Das heißt, wir kommen mit Edelmetallen nur oder Aktien nur irgendwie nicht hin, meiner Ansicht nach. Ja, bei Edelmetallen, also zum Beispiel Gold und Silber, ja, klassisch, haben wir es so, wir haben sehr viel Sicherheit. Ich denke mal, das ist uns allen klar. Also Edelmetalle sind schon seit tausenden von Jahren irgendwas wert und werden das mit Sicherheit auch immer sein. Und sind auch meistens von irgendwelchen Crash-Zeiten nicht sonderlich betroffen. Gerade Gold nicht, ja, ich meine, das ist uns sowieso klar. Und deswegen würde ich sagen, dass das auf jeden Fall viel Sicherheit bietet. Es gibt allerdings jetzt da ein Problem. Das habe ich auch damals schon in dem Video, meines Erachtens nach, angesprochen. Und es ist so, dass man auf Gold und Silber natürlich in normalen Zeiten keinen Zinseszins bekommt. Ja, das sind Rohstoffe. Und anders als zum Beispiel eine Weltwirtschaft können die jetzt nicht einfach so kontinuierlich linear einsatzweise steigen. Ja, das ist nicht so wirklich drin. Und natürlich exponentiell, aber ihr wisst, was ich meine, eben, ja. Und das ist problematisch, wenn man jetzt für eine Rente vorsorgen will. Weil natürlich ist es so, dass man jetzt, wenn man einfach nur Geld auf die Seite legt jeden Monat, was ja eigentlich das Sparen im Gold und Silber ist, ja. Also wir legen Geld auf die Seite im Monat, was sehr, sehr sicher geparkt ist, was auch mit Sicherheit ein bisschen Rendite bringt, was natürlich aber primär nicht dafür da ist, ja. Kann sehr gute Rendite bringen, aber kann man nicht garantieren. Ja, definitiv. Und deswegen muss man sagen, es geht. Man kann mit Gold und Silber nur in Rente gehen, aber dafür braucht man natürlich relativ viel davon. Also ich denke mal, wenn man jetzt so davon ausgeht, dass man vielleicht so, ich denke mal so um die 3.000 Euro haben möchte, ja, im Monat, dann sollte man auch, je nachdem wie lange man lebt, ich würde auf Nummer sicher gehen und dann auf jeden Fall mal 400.000 Euro in Edelmetalle schieben, weil ihr wisst es, man kann nicht abschätzen, wie lange man lebt. Also sollte man lieber zu weit rechnen als zu kurz, weil ohne Geld dazustehen ist ein bisschen blöd. Ich würde das für sinnvoll halten. Wir sprechen auch gleich noch über den steuerlichen Aspekt, der ist auch ganz interessant. Aber das würde ich so sagen, wäre so die Pi mal Daumen Regel, die man brauchen würde, um einen solchen Betrag ungefähr zu bekommen, um dann diese 400.000 Euro tatsächlich zu erreichen am Ende dieser Sparzeit, die man sich rausgesucht hat, um die Rente zu sparen, was ich jetzt einfach mal mit 40 Jahren ungefähr ansetzen würde, ja, wenn man so mit paar und 20 irgendwann anfängt, ja, bis man dann eben so Mitte 60 ist, passt ja ungefähr, ja, ich weiß, das verschiebt sich aktuell ein bisschen hin und her, deswegen habe ich es jetzt auch mal nur so ungefähr gesagt, aber dafür müsste man natürlich, ja, ich meine, das kann jeder von euch auch selbst rechnen, 10.000 Euro pro Jahr in etwa sparen im Durchschnitt, ja, das muss jetzt nicht jedes Jahr genau 10.000 Euro sein, kann mal mehr, mal weniger sein, ist jetzt nicht so das Ding. Man sollte es natürlich relativ konsequent durchziehen, ja, weil sonst kann man es auch mal vergessen und das wären für das Gold und Silber dann eben ungefähr 830 Euro im Monat. Und das ist natürlich eine ganze Menge, ja, das ist eine ziemlich hohe Sparrate, allerdings ist das natürlich auch das absolute Negativbeispiel, in dem Gold und Silber wirklich nur die Inflation ausgleichen und mehr als diese 2% im Jahr dann nicht steigen, ja. Aber es ist ganz wichtig an dieser Stelle, dass wir das wirklich so rechnen, denn es ist so, man kann sich Sachen immer schön rechnen, für Sachen, die man nicht unbedingt braucht, ja. Es macht auch Spaß, das zu machen, einfach mal so zu sagen, jo, wenn ich da 10% jedes Jahr bekomme, wo komme ich denn dann raus in 30 Jahren? Das ist alles eine super Sache und es macht auch Spaß und es ist vielleicht auch realistisch, aber wenn man jetzt für sowas vorsorgt, wie zum Beispiel einen Ruhestand, muss man ganz klar hingehen und sagen, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann, was muss passieren, damit ich tatsächlich diesen Betrag, den ich brauche, am Ende bekomme, egal was passiert. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, ja. Also man muss wirklich davon ausgehen, dass die Investments das absolute Minimum nur steigen, was sie überhaupt möglicherweise nur können, um einfach wirklich sicher zu gehen, dass man am Ende nicht weniger hat, denn das ist wirklich etwas an dem an, dass man nicht sparsam oder schön rechnerisch herangehen möchte. Wenn man jetzt sein Geld nur in Aktien schieben würde, was auch sehr riskant ist für eine Ruhestandsanlage, was ich auch nicht empfehlen würde, denn wie gesagt, wir haben das Risiko, dass man es gerade braucht in einer Zeit, wo es jetzt so fällt, wie zum Beispiel jetzt in der aktuellen Krise es gefallen ist. Und das wollen wir alle nicht, ja. Also das wäre ganz, ganz, ganz mies. Um diese 400.000 Euro dann tatsächlich zu erreichen, bräuchte man in der Theorie, wir gehen gleich noch auf die Praxis ein, in der Theorie bräuchte man eine Sparrate von 300 Euro im Monat. Ja, würde man dann so ungefähr bei 400.000 Euro rauskommen, 430.000 ungefähr, ja, sowas. Jetzt haben wir allerdings bei Aktien ein Problem. Wenn wir die jetzt wieder raushaben wollen, dann können wir das leider nicht so wie in Amerika machen, dass wir dann bei vielen dieser Ruhestandsangebote keine Steuern darauf zahlen, sondern wir müssen leider die Kapitalertragssteuer darauf zahlen. So, und das sind dann ungefähr 25 Prozent. Das ist dann nochmal ein bisschen individuenabhängig, wie viel das jetzt genau ist. Aber ich habe es jetzt einfach mal so ein bisschen grob gerundet. Und das heißt, wir müssten eigentlich auf so ungefähr 600.000 Euro kommen, damit wir davon 25 Prozent abziehen können und dann eben bei unseren 400.000 um den Dreh ankommen. Also, auch hier gilt natürlich das Gleiche wieder, ja, 550.000 bis 500.000 sind es eher, weil man natürlich auch nur die Ertragssteuer auf die tatsächlich in der Dreh gezahlt und so weiter und so fort. Aber, ne, wie gesagt, immer schlecht rechnen die ganze Sache. Das ist ganz wichtig dabei, damit wir da nicht in irgendwelche Probleme reinkommen. So, und dafür bräuchte man dann ungefähr 400 Euro im Monat, ist immer noch relativ wenig. Manchmal ist man das mit den 830 Euro ungefähr beim Gold und Silber vergleicht. Allerdings ist es so, dass es meiner Meinung nach auch nicht so geht, den Ruhestand nur mit Aktien zu finanzieren. Ja, das ist einfach viel zu riskant, ja. Also, ich könnte damit nicht ruhig schlafen, wenn ich wüsste, dass mein Ruhestand daran hängt, wie morgen der Markt aussieht. Ja, das ist nicht gut. Also, man braucht für den Ruhestand meiner Ansicht nach ein Portfolio, was sowohl Gold hat, als auch Aktien hat und natürlich auch Silber hat, ja, andere Sachen auch auf jeden Fall. Und was einem einfach in jeder Marktlage Stabilität garantiert, damit man nicht in eine Situation kommt. Übrigens, falls ich es gerade vergessen habe zu sagen, was ich natürlich habe, 5% ist der Zinssatz bei dem Aktienbeispiel. Das ist wirklich, wirklich, wirklich extrem gering. Ja, wie gesagt, Negativbeispiele immer nehmen. Und wenn man jetzt das schon auf 8% hochsetzt, da kommt man da schon bei einem viel höheren Betrag raus. Aber ich denke mal, ihr wisst, ihr habt es mittlerweile verstanden, was ich damit sagen will. Man muss es niedrig ansetzen. Es ist sehr wichtig, meiner Ansicht nach, beides drin zu haben, antizyklische und zyklische Dinge. Und wer jetzt sagt, ich tue mir antizyklische und zyklische Aktien ins Depot, nö. Ja, was antizyklische und zyklische Aktien machen bei Krisen, kann keiner vorhersagen. Ja, das funktioniert nicht. Man kann nicht hingehen und sagen, dass jetzt nur weil die Weltwirtschaft ein bisschen fällt, jetzt irgendwie mal eine Rüstungsindustrie steigt. Nein. Ja, guckt euch Boeing an. Das ist auch sehr, sehr viel Rüstungsindustrie. Was hat das gemacht in der Krise? Hier den. Ja, das, nein. Also wirklich nicht. Man braucht Sachen, die wirklich perfekt antizyklisch sind und auch Sachen, die perfekt zyklisch sind, so, dass man am Ende von seiner Sparzeit wirklich bei dem Volumen ankommt, was man haben möchte und was man vielleicht auch einfach braucht, um die letzten Jahre, die man noch hat auf der Welt, was natürlich sehr viele sein können, dann auch noch tatsächlich glücklich eben zu leben, mit genug Geld, um sich auch mal irgendetwas leisten zu können. Ja, nicht, wie das aktuell leider, leider, leider vielen Leuten geht, die sich auf die staatliche Rente verlassen haben und leider absolut nichts mehr rausbekommen gefühlt. Und wer jetzt vielleicht noch ganz neu beim Gold und Silber ist und das vielleicht auch noch nicht weiß, nach einem Jahr kann man Gold und Silber steuerfrei verkaufen. Ja, also das habe ich eben jetzt nicht nochmal prinzipiell erwähnt. Da zahlt man keine Steuern drauf. Ja, das ist der große Vorteil daran. Das heißt, dass wir darauf, sollte es da Erträge geben, keine Steuern zahlen muss. Und es ist auch eine super Sache, weil dadurch eben auch Gold und Silber übrigens auch verschwinden. Ja, also es sind nicht mehr auffindbar von irgendwelchen Autoritäten. Keine Ahnung, wem das wichtig ist. Mir jetzt persönlich eher nicht. Aber es gibt auch Leute, denen das wichtig ist. Das kann ich absolut verstehen. Ja, Vertrauensbrüche passieren ja sowieso aktuell an Dauern von der Regierung. Deswegen mein Verständnis ist auf jeden Fall gegeben. Ich mache mir da persönlich aber keine Sorgen drum. Eben wie gesagt, nach einem Jahr ist das Zeug komplett verschwunden. Es ist nicht möglich, es aufzufinden. Mit diesem Gesagten freue ich mich natürlich wie immer sehr, dass ihr dieses Video angesehen habt. Gerne einen Kommentar da lassen über alles, was ihr wollt. Ich freue mich über alles zu hören. Gerne auch das Video bewerten und natürlich auch den Kanal abonnieren, falls ihr keine Videos mehr verpassen möchtet. Dann wünsche ich euch noch eine besonders schöne Woche und bis zum nächsten Mal.